Hey, ich bin Tim und heute ist einer dieser Tage, den man am liebsten überspringen würde. Heute werde ich es Paula sagen. Nur wie? Schluss machen auf dem Fahrrad? Nee. Hm. Wie wäre es damit? Geht los. Nein, das könnte schief gehen. Während mir aus unerklärlichen Gründen die Star Wars Melodie nicht mehr aus dem Kopf ging, überlegte ich mir eine weitere Möglichkeit. Ah, das ist doch alles ein Mumpitz. Ich sag's einfach gleich, wenn sie mich abholt. Wenn wir brachen, dann geht's in die Stimmung. Ein frisch gegrillt. Knusprig, kross, da will jeder gleich ran. Frisch gegrillt, knusprig, kross, da... Ach, Quatsch. Als ich mir gerade eine Zigarette anzündete, um die Krebse zu füttern, dachte ich, meine Tagträume könnten kaum freeliger sein. Doch dann lagte ich wieder meinen Kopf zur Seite. Warte mal. Ich muss ja mal was sagen. Was zum... Ich sollte es einfach wie immer machen. Locker aus der Hüfte. Dieses Hele-Krank, das schickt die Frau gleich hier. Sie macht mit dir Schluss. Und warum sind wir hier? Ist doch kein Problem. Das werden wir schon drehen. Wir gehen jetzt in der Bahn. Und machen wir eine neue klar. Wir gehen jetzt in der Bahn.